Heute ist der Jahrestag des Bürgerentscheids. Vor einem Jahr hat sich die Münchner Bevölkerung deutlich gegen den Bau einer dritten Startbahn am Flughafen ausgesprochen. Wir Freien Wähler vertreten hier die Position der Bürger und sagen, die Politik muss sich weiterhin an diese Beschlüsse halten. Wir hören Signale aus der CSU, die teilweise sogar sagen, die Stadt München sollte die Flughafenanteile verkaufen, damit die Bürger künftig nicht mehr über ein Veto entscheiden können. Unsere klare Botschaft an der Stelle auch an die CSU ist, keine Koalition im Herbst mit einer Partei, die für die dritte Startbahn ist.